Hallo. Hallo. Bist du das vierte Mal her? Ja. Wir waren jetzt bei... Das war Kreatives. Nicht immer nur Achterbahnen oder irgendwas. Ewag lebt, nach Deutschland geholt. Das ist doch fantastisch. Warte noch, dass hier das gleiche Alligator rausspringt. Uwe, so Mädchen, so aber zu Jungs genauso. Habt ihr das gesehen? Das ist kein Chameur. Nein. Du hast da kein Hirn. Das Schweinehirn, was ich gesagt habe, war sehr weich, wie bei dir auch. Und das war roh. Da wurde nicht gekocht. Aber Manni hat alles gegessen. Sogar Hoden. Hoden war lecker. Das Ferkel. Nicht das Ferkel, das lecker. Aber hier, der Park ist geil. Also ich weiß auf jeden Fall, irgendwann kommt meine Familie mal vorbei. Ich war das vierte Mal bis hier. Ich war noch nie hier. Das erste Mal. Also geil, ja. Ich finde, da müsste ich... Das ist super. Ja. Ganz liebes Herzverbrauch. Okay. Ja. 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 Ja.